da haben sie es geht weiter es hat haben wir die gleiche geholt damit kennen wir zu versand gleiten was nicht klappt aber ich wollte ich das wird Ich bin ja voll Ah, da habe ich eine Lampe erfüllen Ja, ja, die Lampe ist voll Weglegen Aber ist die Lampe eigentlich? Nein So wurde es hoch, genau So Ich bin ja durchrennen Ich werde diesen Typen aufhalten hier Und hier vorne können wir jetzt Wahrscheinlich Diesen komischen Teil hier Was jetzt bekommen sie Waffe Oder ist es leid Dann können wir jetzt bestimmt in diesem Loch Äh, hier irgendwas tun Meiner Meinung nach Ja 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 Das ist ganz schnell Ah Was ist das Und 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 lausend ist halt hier diese Söhne gegangen nein Ich muss hier aufpassen, ich muss genau richtigen Moment Genau Oh, die nehmen wir auf jeden Fall mit Ja, da, 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 da Du bist doch jetzt raus Ich kann den da ein bisschen gleiten, irgendwie Warum habe ich das jetzt nehmen können Bringt das was? Ja 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 Nein Ja 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 Ich will jetzt kein Jetzt ist es wieder normal, aber Das ist angreifen Ja 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 Geh doch da rauf Lenk, geh doch da rauuuu Dann halt nicht Dann halt nicht Ich sehe es Ne Das sind Zerschienen, aber da komme ich nicht hin, oder? Geh doch da rauf Lenk Er geht da nicht hin Er kann da nicht rauf, warum auch immer Okay, das ist falsch Das ist auf jeden Fall falsch Meiner Meinung nach Das ist auf jeden Fall nicht richtig Ich habe kein Timer gestartet Okay, das geht also nicht mehr wunderbar Leute, ich habe jetzt nur Hä? Er hat ebenso lang gedrückt Dann fährt das hier so komisch Und warum? Hat er sich nicht bewegen, oder so? Warum fährt das mit Y, wenn ich das gezückt halte, da auf diese Wand zu? Was, weil? Was, weil es hier eigentlich recht ist Was, weil es hier eigentlich noch nicht mehr kathol hell Und die Zeit lang rauf Lenk Und das hat ja auch noch doch Die Zeit, wir haben ja nicht mehr Ich verabredet Wir haben das Die Zeit, wir haben sie Wir haben ja auch hier Die Zeit, wir haben eine was ich hier mache, passiert nix. Unser Henker fährt dann natürlich das Tor zu. Leute, ich check's nicht. Wenn ich nicht bewegen kann, kann ich nämlich hier auch durch, ja? Aber wie kann ich's nicht bewegen? Warum auch immer, ja? Es gibt ja keinen anderen Weg, ich kann nirgendwo anders hin bis jetzt. Es ist einfach... Ich check's nicht, ich check's einfach nicht. Warum kann ich denn da nicht hin? Komisch, Leute. Richtig komisch. So da muss ich... Es gibt mir da alles nix. muss ich mir echt nachgucken oder was? das kann das nicht sein ich mach ja fast gar nichts mehr alleine bei jedem scheiß guck ich nach das kann das nicht sein ich bin typisch aus diesem geist gekommen ich bin typisch aus dem gehacken ich bin typisch aus dem geist im geist und und ich steige jetzt hier ja und gehe raus und gucke dann was ich tun muss ja tut mir echt leid also ich tue mir leid ich weiß leider nicht also bis zum nächsten Mal nicht vergessen müsst ihr wie immer kommentieren dann mich abonnieren bis zum nächsten Mal tschüss